Hallo und Ahoi! Mein Name ist Thomas Cain. Ich bin Produzent und lege seit 17 Jahren auch selbst auf, aber mir fehlt etwas hier. Und daher stelle ich euch heute mein Projekt vor. Pitch Concept. Denn ich habe vor, wieder ein Stück Kultur nach Rostock zu bringen. Mit eurer Hilfe soll im Doberaner Hof ein DJ und Vinyl Store entstehen. Es gab einige und auch unvergessene. Aber es wird Zeit für eine neue Brise an der Küste des Vinyls. Natürlich geht ihr nicht leer aus und eure Spende wird auch belohnt. Wenn ihr das genauso seht, dann unterstützt das Projekt und bringt mit uns ein Stück Kultur zurück nach Rostock. Musik 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 Musik